Komm mit, wir wollen schießen. Keine Lust auf den Kaktus zu schießen. Heute schießen wir nicht auf den Kaktus. Wieso nimmst du eigentlich immer die verdammte Schlucht? Weil es der beste Weg ist. Deswegen ist die auch voller verdammter Mexikaner. Glaub mir, es wird alles gut gehen und ihr kommt dann nach. Dein Baby wird gesund zur Welt kommen. In Amerika. Da sind Mexikaner unten in der Schlucht. Wo ist es? Die sind auf jeden Fall illegal hier. Was machen wir jetzt? Weißt du, was passiert ist? Ein paar Flüchtlinge haben Mrs. McNary getötet. Sie ist ausgeritten. Die wollten ihr Pferd stieren und haben sie getötet. Er sagte, dass jemand auf sie geschossen hätte. Wir schicken dich nicht zurück nach Mexiko, Miguel. Du willst hier wegen vorsätzlichen Mordes angeklagt werden. Weißt du, was das bedeutet? Roy, wir haben ihn. Die hier habe ich gefunden. Sieh sie dir an. Die sind markiert. Hast du eine Ahnung, wie die da hingekommen sind? Du kannst nicht so reinplatzen und mir erzählen, dass Ramirez keine Schuld trifft. Und diese Mexikaner nicht auf deinem Land rumspaziert wären, wäre all das nicht passiert. Hast du mit dem Staatsanwalt geredet? Hast du ihm erzählt, was hier los ist? Es wird alles gut. Was ist wirklich passiert? Wie ist das ein Saturday? plateale Ver avant Euro Meist Moment